Moin! Sie ist da, die Trittstufe von Thule. Ich packe die hier mal aus, gut, dass Stimme gerade nicht da ist, weil wir uns hier gerade in der Küche befinden. Draußen ist es nämlich ziemlich kalt, aber wir gucken uns das Teil jetzt mal an. Schon Monsterteil hier, das muss ich ja mal so sagen. So schaut das gute Stück aus. Kabel dabei, nicht abisoliert, gut, kann man selber machen. Das dürfte die Befestigung sein, vorne beim Hollen und das wahrscheinlich irgendwie für hinten. Aber das ist noch lange nicht alles. Dazu gibt es natürlich noch verschiedene Anbauteile, wie sowas hier. Wahnsinn! Die Trittstufe ist immer die gleiche. Die Anbauteile sind natürlich fahrzeugspezifisch. So wie dieses schöne Rohr hier. Das dürfte die Halterung sein. Wir haben einen Peugeot Boxer und diese Trittstufe ist Abbaujahr 2006. Das wird hier wahrscheinlich reingeschoben, ne? Von diesen Typen, von diesen Typen grauen wir immer am meisten. Das ist wie bei Ikea, wenn man einen Schrank kauft, packst das ganze Holz aus und packst einfach mal so eine Mördertüte mit Schrauben. Gut, das ist noch relativ überschaubar hier, aber furchtbar. Alte, Schrauben haben wir noch da. So ein Teil noch. Jo, irgendwelche Schutzstoßkappen wird dann schon gleich hier vorne ran passen, da? Irgendwie. Die kommen dann wahrscheinlich irgendwann hier vorne ran, die beiden Dinger. Und noch eine Stange. Das erschließt sich mir nun gar nicht. Guck mal hier vorne, hier ist der Quatsch. Weiß ich nicht, das müssen wir mal gucken. Anleitung ist dabei. Das liest sich wie immer alles natürlich total einfach. Gut. Zwei Schrauben. Damit wird einfach nur die lange Leiste praktisch unter dem Auto fixiert. Wobei man darauf achten muss, dass dieser Winkel praktisch dann nach hinten zeigt. Und dann kommen hier einfach die Schrauben rein. Unter dem Auto im Bodenblech müssen sich Löcher befinden. Die werden dann hier gefüllt mit diesen Einsteckmuttern. Und dann wird das praktisch einfach drunter geschraubt. Wofür diese Dinger sind, das weiß ich noch nicht. Die werden hier rausgeschoben. Nachher zum Schluss. Aber man kann die ja hin und her schieben. Ich weiß gar nicht, wofür das sein soll. Drittstufe kommt dann nachher noch so ein Kunststoffteil vor. Von der anderen Seite diese Platte gegen. Und dann ist das eigentlich alles schon wieder fertig, ne? Achso und dieses Ding hier vorne, das ist einfach hier so eine Zierleiste. Die wird dann hier irgendwie noch so befestigt. Das müssen wir uns nachher nochmal angucken. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht so. Doch etwas kälter wie gedacht, aber das hält uns ja nicht ab, ne? So, das ist immer das Schönste, immer hier unter dem Auto zu liegen. So, das ist hier der Querholm dieses hier. Und es gibt hier mehrere Schrauben. Wir haben einmal diese mit dem Gummi. Die dürften das aber glaube ich nicht sein. Sondern diese müsste das sein. Dann gibt es da vorne noch eine. Ich weiß nicht mal genau, in der sieben Nähe des Auspuffes. Und hier hinten. Da ich ja nur zwei Schrauben zur Verfügung habe, muss ich mal gucken, welche das sind. Okay, letztendlich kommen dann diese Muttern hier scheinbar hier rein. Fast aber nicht. Jetzt ist die Frage, rein schlagen oder lieber aufbohren? Ne, ich entscheide mich, das aufzubohren. So, passen sie rein, bisschen aufgebohrt, minimal. Jetzt haue ich dann noch ein bisschen Zinkspray drüber, vorsichtshalber. Gut, das Ganze ist erstmal provisorisch eingehängt, um überhaupt mal zu gucken, wie das funktioniert hier. Die Trittstufe wird mit diesen Halterungen praktisch oben reingeschoben. Natürlich ist die hintere Seite und dann die vordere Seite. Und jetzt schraube ich jetzt nochmal hier diese Leiste komplett fest. Tja, wie sagt man, wenn da fest kommt, lose? Oder wie sagt man? So, hier seht ihr das. Da wird das so reingeschoben. Tja, und jetzt muss man überlegen, wo ist sie eigentlich immer, wo kommt die eigentlich immer hin? So, hier wird vor Geburt eine 3 mm. Jetzt überlege ich aber wirklich, wo ich hin soll. Gut, Position ist gefunden. Hier setzen wir jetzt einfach hin. Jetzt wieder ein. Ich kann das so reingeschoben. Hier ist alles gut. Ich habe mich noch ein bisschen. Ich weiß, was ich nicht so reingesigt habe. So, ich kann es jetzt einfach schon mal hin. Ich kann es nicht so reingesuchten. Ich kann es nicht so reingesuchten. Ich kann es nicht so reingesuchten. Hier sind die Plastikdinger drauf hier. Die werden einfach nur so aufgesteckt. Ich habe gerade überlegt, ob es egal ist, wie rum, aber das scheint egal zu sein. So, nun kommen diese Teile. Die Richtung ist sowieso vorgegeben, weil hier ist ein kleiner Besen dran, also kann das natürlich nur nach unten kommen. Und auch wenn jetzt diese Kappen befestigt. Ja, ich glaube, da ist etwas Falsches geschickt worden. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Das ist viel zu lang hier das Teil. Oder man sähe das ab. Das ist eine gute Frage. Gut, einmal bei dem Lieferanten nachgefragt. Soll so sein. Man muss das wirklich selber einkürzen. Okay, damit greifen die natürlich irgendwie gleich mehrere Längen ab. Obwohl das ist Aluminium, kostet ja auch Geld. Warum sollte ich das natürlich rausschenken für den Müll. Aber gut, sägen wir es eben passend. So, dann stecke ich das mal da drauf und hoffe, dass es passt. Jetzt gibt es ja noch eine Verschlussstopfen. Nochmal Wackeltest. Dann muss man das ganze Ding dahin anschließen. Jetzt wollen wir natürlich mal testen, ob die wirklich gut raus und wieder rein fährt. Stimme, halt mal fest hier. Teste mal. Ich halte mal die Batterie. So. Schalter. Schalter baue ich natürlich jetzt noch nicht an. Wir gucken erstmal, weil das dauert noch ein bisschen länger. Ja. So, wir waren jetzt rein und raus. War jetzt? Andersrum. Ja, wie war denn jetzt überhaupt? Ach, keine Ahnung. Du bist alt, du kannst ja das nicht merken. Nee. So, raus ist orange minus. Passiert nix. Nee, passiert nix. Zehn Fragezeichen am Gesicht. Oh, sie kommt raus. Juhu. Hä? Ja. Ich trau mich nicht. Tata. Ja. Ja, ich mache jetzt immer wieder rein. Rein ist jetzt... Ich werde nichts sagen, aber der ist schon ganz schön alt. Fertig mitspielen. Fertig mitspielen. Das Kabel braucht natürlich noch eine Durchführung durch den Boden. Aber das wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, wie wir das machen. Wo wir genau hier letztendlich die Küche hinkommen, weil der Knopf, der soll ja hier hin. Da war ja so ein Schalter mit bei, so ein Wippschalter. Und das dauert natürlich noch, bis wir das jetzt fertig machen. Also das wäre jetzt nicht mehr Film, aber man sieht keine Hexerei. Ein paar Kabel dran, rein, raus. Funktioniert. Ja. Hast du fein gemacht. Hab ich fein gemacht. Wieder ist ein kleiner Schritt getan. Bei 5 Grad. Bei 5 Grad. Wenn überhaupt. Und tschüss. Und tschüss. Bis.